Es muss aber doch vom Tieflingsraum aus weitergehen. Weil die Tieflinge habe ich vor den Zuckubi besiegt. Das weiß ich noch. Und soweit ich weiß, bin ich nach den Tieflingen fast gleich beim Kambion angekommen. Ah, Kambion. Da muss ich einfach nur zurückgehen. Genau. So, der Kambionbaum. Hat nämlich zwei Schleifen. Und den Albraumausgang. Ja. Genau. Hier habe ich gegen die Albe gekämpft. Und das ist der Port zum Ausgang. Gott sei Dank. So, quicksafe'n wir mal. Und dann gucken wir mal, ob der Kambion spielen will. Also dann, was ist? Bereit für eine kleine Partie? Ja, wie wird das Spiel gespielt? Das ist im Prinzip wirklich einfach. Wir spielen nach den Regeln der berühmten Partie zwischen Tanten und Sensaten und Belvoret in Sigil. Jeder von uns zieht eine Karte aus dem Spiel. Wer von uns beiden die Wirkung überlebt, den höheren Wert besitzt, gewinnt die Runde. Ist doch simpel, oder nicht? Also dann, was ist? Bereit für eine kleine Partie? Also ja, das ist nach dem Vorunfallsprinzip. Ich bin bereit. Um was geht es? Nun, zunächst müsst ihr etwas einsetzen. Einen kleinen Teil eurer Seele, wie beispielsweise Erfahrung oder Lebenskraft. Oder setzt ihr irgendetwas ein, das mich von hier fortbringt? Aber denkt daran, dass ich lediglich den Edelstein gegen einen Ausweg von hier einsetze. Und macht euch keine Sorgen, was immer es ist. Ihr bekommt es vor meiner Abreise wieder zurück. Ja. Ihr seid seid ein Teil meiner Lebenskraft. Exzellent. Ich verfüge über ein Spektralfeuer und eine Wunschrolle. Beiß beeindruckende Gegenstände. Und da ist natürlich noch der Edelstein. Um was wollt ihr spielen? Spielen wir mal um das Spektralfeuer. Wie ihr wollt. Also gut, mein Freund. Ich erlaube euch, die erste Karte zu ziehen. Ich lege die Karten sofort hin. Wählt eine Karte aus, wenn ihr bereit seid. Streit. Ein paar Star-Absatzungen. Auch wenn ich mich frage, welche Wirkung er wohl haben wird. Interessant. Höchst interessant. Der Genasi war ein Genie, wenn ihr mich fragt. Mhm. Jetzt bin ich an der Reihe. Vielleicht wollt ihr einen Schritt zurücktreten, nur für den Fall. Triumph. Ah, ich spüre, dass es sich ein Kampf ankündigt. Gib mir etwas Zeit, mein Freund. Die Karte, die ihr gezogen habt, hat dennoch einen höheren Wert als die Meinen. Ihr habt die Runde gewonnen. Ihr wolltet das Spektralfeuer. Ihr habt es. Wenn ihr noch eine Rolle spielen möchtet, ich hätte nichts gegen eine neuerliche Chance, meine Freiheit wieder zu erlangen, einzuwenden. Ja, 25.000 Erfahrungspunkte für die Aufgabe und ein Gegenstand. Ja, Spektralfeuer ist ein Krummsäbel. Mhm. Einmal täglich kann ich trinken, eine Spektalklinge herbeizaubern. Ja. Das ist eine nette Waffe eigentlich für Jahira. Denn die führt ein Krummsäbel. Das Ding ist eine Viererwaffe. Yay. Gut, das war jetzt mal der erste Test. Euer Wunsch ist mein Begehr. Also dann, was ist? Bereit für eine kleine Partie? Ja, ich bin bereit. Äh, ne, das hatten wir bereits. Also dann, was ist? Bereit für eine kleine Partie? Ja. Aber denkt daran, dass ich lediglich den Edelstein gegen einen Ausstieg von hier einsetze. Und macht euch keine Sorgen. Was immer es ist, ihr bekommt es vor meiner Abreise wieder zurück. Ne, ich setze den möglichen Fluchtweg. Exzellent. Ich verfüge über ein Spektalfeuer. Und eine Wunschrolle. Beißbeindruckend in die Gegenstände. Und da ist natürlich noch der Edelstein. Nehmen wir mal die Wunschrolle. Jawohl, das ist gut, mein Freund. Ich erlaube euch, die erste Karte zu ziehen. Die Dägelik haben vor euch hin. Weder die Karte aus, wenn ihr bereit seid. Stärke, ein extrem hohes Blatt. Ich frage mich nur, ob das ein Symbol für wachsende oder fehlende Stärke ist. Ein Fluchtflate. Kennt ihr Mittel und Wege, um Flüche zu brechen? Sterblicher? Interessant. Höchst interessant. Ja. Der Genasi war ein Genie, wenn ihr mich fragt. Jetzt bin ich an der Reihe. Vielleicht würde er einen Schritt zurücktreten. Die Kaiserin. Eine exzellente Karte vom... Wert. Das ist mir Holt. So. War es das? Ein gefährliches Spiel. Und doch haben wir beides relativ unbeschadet überstanden. Nicht wahr? Ja. Die Karte, die ihr gezogen habt, hat dennoch einen größeren. Wer das die meine? Ihr habt die Runde gewonnen. Wolltet die Wunschrolli? Hier habt ihr sie. Wenn ihr noch eine Runde spielen möchtet, ich hätte gerne nichts gegen eine neuliche Chance. Meine Freiheit wieder zu erlangen, einzuwenden. Ja, ich habe einen Stärkefluch auf mir. Den sollte ich bannen. Äh. Das ist Todesschutz. Wo ist der Fluch? Ach, das ist der Fluchbandzauber, gell? Manus Potentes Poro. Ah, besser. Gut. Die Wunschrolle ist was Besonderes. Wunsch ist eine starke Version des begrenzten Wunsches. Er erfüllt im wahrsten Sinne des Wortes das, was sich der Zauberte wünscht. Deswegen ist es sogar möglich, dass die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft des Zaubernden in einem sehr begrenzten Umfang geändert wird. Normalerweise kann der Wunsch bei dieser Art der Anwendung nur den Zaubernden betreffen, außer er ist sehr sorgfältig formuliert. Abgehörige Wünsche enden meist mit einer Katastrophe für den Wünschenden. Die größer die Weisheit des Magiers ist, desto höher ist die Chance, dass er die korrekte Formulierung wählt und der Wunsch auch wie geplant funktioniert. Magier mit niedriger Weisheit werden meist katastrophale Ergebnisse erzielen, wenn sie einen Wunsch aussprechen. Ja, mit der Weisheit. Nein. Ja. Tut mir leid, dass ich das so kurz fasse, aber... Imoin hat leider die Weisheit eines naiven Mädchens, dass sie leider auch ist. Deswegen... Ja. Dauert es noch eine Weile, bis wir das nutzen können. Wäre auch bei Imoin... Oh, Imoin hätte schon einen... Hat ja schon einen neuen Zauber der neunten Stufe. Eri leider nicht. Aber was wir mal machen müssen... ... sollten, ist das Level Up von Imoin. Eine 6 und 9. Stufe, das ist gut. Einen Trefferpunkt sagen konnte, jo. Verbesserte Beschleunigung. Beschleunigung sorgt dafür, dass der Magier nicht mehr zwischen dem Wirken zweier Zauber eine Pause einlegen muss. Das heißt, er kann Zauber direkt in der Nahe wirken. Die Wirkungsdauer der verbesserten Beschleunigung beträgt zwei Runden. Wow. Ja, gib mir die. Ist das eine Fähigkeit? Ja, dann nehmen wir sie auch einfach mal gleich. Also nein, es ist keine Fähigkeit, es ist ein Zauber, so würde ich sagen. Ähm... Gib mir ruhig noch ein Todes-Zauber, Kugelblitz. Kugel der Unverwundbarkeit, gib mir die mal. Jetzt ist die Schwierigkeitsgrad höher. Quicksafen. Natürlich stehe ich für eine neue Hunde zur Verfügung. Und diesmal spiele ich ausschließlich um den Weg, der mich von hier fortbringt, im Taufsch gegen den Edelstein. Was sagt ihr dazu? Einverstanden. Wie ihr wollt? Also gut, mein Freund, ich erlaube euch, die erste Karte zu ziehen. Ich legge die Karten so vor euch hin. Wählt eine Karte aus, wenn ihr bereit seid. Ah, der Kai, so ein Gänzen dazu, mein Freund. Und eine nützliche Karte noch dazu. Interessant. Höchst interessant. Der Genasi war ein Genie, wenn ihr mich fragt. Mhm. Jetzt bin ich an der Reihe. Vielleicht wollt ihr einen Schritt zurücktreten, nur für den Fall. Oho, das ist das Rad, eine der höchsten Karten des Spiels. Was für ein Zufall. So, war es das? Ein gefährliches Spiel und doch haben wir beide es relativ unbeschadet überstanden. Nicht wahr. Ja. Die Karte, die ich gezogen habe, hat trotzdem einen höheren Wert als die eure. Ich habe die Runde gewonnen. Ich habe meine Freiheit gewonnen. Ich komme hier raus. Den Edelstein könnt ihr von mir aus trotzdem behalten. Er bedeutet mir nichts mehr. Kann ich meinen Preis haben? Solange ich ihn wieder bekomme, bitteschön. Ich danke euch. Für eine Materia seid ihr gar nicht mal so übel. Kommt, meine Herzblätter. Lasst uns in die Ebenen zurückkehren, bevor uns jemand vermisst. Vorwärts. Ja. Ja, das Zepter ist fertig. Ich habe meinen Hüterstein wieder behalten dürfen. Der, der mich hier rausbringt. Und das Ding ist jetzt wieder fertig. Jetzt hat die Edelsteine wieder in die Zitter eingesetzt worden. Könnt ihr verstehen, wie es seinen Namen erlangt hat? Jeder der Edelsteine strahlt ein helles Licht aus. Zusammen tauchen sie das Zepter in einen wahren Regenbogen aus Farben. Äh, ja. Aber ich will mal gucken, was passiert, wenn ich gewinne. Einverstanden. Ja. Ah, der Kaiser. Gut. Okay, das ist grad. Okay, mal gucken, ob das geskriptet ist und ich immer verliere, weil ich jetzt so gierig war. Die hohe Priesterin, ein Exzendenter zu. Das Bild. Das Bild steht dennoch eine Szene der Geheimnisse hinter. Okay. Jetzt bin ich dann in der Reihe. Oh, das Rad. Eine der höchsten Karten. Okay. So, war es das? Ja. Ein gefährliches Spiel und doch haben wir beides relativ unbeschadet über... Ich danke euch. Für einen Material seid ihr gar nicht mal so übel. Kommt, meine Herbstblätter, lasst uns ihn lösen. Achso, das sind die Schwerter von denen, die er gerade vorhin besiegt hat. Keine große Herausforderung. Seid gegrüßt. Einverstanden, okay. Die hohe Priesterin, ja. Die macht mich taub. Okay. Und wieder das Rad. Okay, dann kann ich gleich neu laden. In der Cutscene. Ich will mal versuchen, ob ich gewinnen kann. Ah, der Kaiser. Letzterer Zug, mein Freund. Dann hat er jetzt die Karte noch dazu. Interessant, höchst interessant. Und er hat wieder das Rad. Ja. Ist das? Ein gefährliches Spiel und doch haben wir... Ich danke euch. Für einen Material seid ihr gar nicht mal so übel. Kommt, meine Herbstblätter, lasst uns in die Ebenen... Das ist ja wirklich interessant, dass ich das nicht gewinnen kann. Ah ja, komischerweise... Hohe Priesterin, ja. Ja, die macht mich taub. Und er. Oho, das ist das Rad. Also, so wie es aussieht, kann er nur das Rad ziehen gerade. Hohe Priesterin. Ein letztes Mal versuche ich es auch. Wenn das dann nicht klappt... Dann lasse ich ihn einfach von dann ziehen. Ups, habe ich mich verklickt. Da habe ich mich wohl verklickt. Ja, der Kaiser. Der bufft mich. Interessant, höchst interessant. Ja, das Rad. Okay. Genasi war ein Genie, wenn ihr mich fragt. So, war es das? Ich danke euch. Für einen Material seid ihr gar nicht mal so übel. Kommt, meine Herbstblätter, lasst uns in die Ebenen... Einen Stuhl. Wie meinst ihr bei all den Dingen, die in letzter Zeit vorgefallen sind, haben Bo und ich ein wenig Schwierigkeiten, damit nicht den Boden unter den Füßen zu verlieren. Äh, wie meinst du das, Minz? Diese seltene Zeit verwirrt uns. Schluckt es runter, Minz. Ich brauche euch als starke Hilfe. Welche Schwierigkeiten? Nun, bei all dem Gerede von Göttern und so, fragt sich Minz und Bo, wie sie da hineinpassen. Schwerter haben wenig Einfluss auf die Himmel. Ich verstehe, was ihr wagen wollt. Ihr seid tatsächlich immer weniger nützlich für mich. Minz, nichts kann eurem rechtschaffenden Zorn widerstehen. Ihr stellt eine Inspiration dar. Himmel, ihr werdet praktisch predestiniert als Avatar des Gottes, der dem Bösen in den Arsch tritt. Ja, gut, nehmen wir das. Nun, ich glaube, dass ich dem Bösen direkt ins Auge piksen kann, egal welchen Kopf es sich ausgesucht hat. Vielleicht muss das sehr reichen. Wir werden schon sehen.